Hallo ihr Hübschen! Heute geht mal das Video an Susanne Hühn. Ich wollte mich mal bei ihr bedanken, sozusagen. Ja, was ist denn Susanne Hühn eigentlich? Susanne Hühn ist eine Buchautorin und hat ganz, ganz viele Bücher schon rausgebracht. Erstens. Und zweitens macht sie halt innere Kindarbeit. Das steht bei ihr, glaube ich, auf den ersten Platz. Und ich durfte sie auch persönlich kennenlernen dieses Jahr. Und ich möchte mich einfach bei ihr, also bei dir, liebe Susanne, bedanken für deine ganzen Jahre Freundschaft bei Facebook erstens. Und dass wir jetzt so in Verbundenheit sind und auch uns die Zeit genommen haben, etwas kennenzulernen und unsere beiden Wege halt ein bisschen zu begleiten, wie auch immer. Und dann möchte ich auch sagen, weil ich ja gerade so dabei bin, dieses Buch hier, ja. Es ist wundervoll. Ich bin noch nicht ganz durch, wie man sehen kann. Ich bin noch dabei. Und danach werde ich auch davon gerne nochmal berichten. Aber erstmal wollte ich einfach, Susanne, Dankeschön wirklich, Susanne, für deine... Du bist einfach wundervoll, finde ich. Ich finde, du bist wundervoll und du machst wundervolle Arbeit und das konnte man einfach mal wertschätzen. Also ich schätze das sehr. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Und, ähm, ja, was soll man noch dazu sagen? Es ist ja eigentlich schon alles gesagt, oder? Ich drück dich einfach mal von hier ganz lieb und, äh, freu mich auf irgendeinen, irgendwann ein Wiedersehen. Ich glaube daran, ehrlich. Ähm, was noch? Ja, es hat mich richtig erfüllt, dich, äh, drei Tage live zu erleben. Und, ähm, das wollte ich eigentlich auch einfach nochmal loswerden hier. Und das einfach jetzt hier zu meinen Dankbarkeitsvideos, äh, bei meinem Kanal hinzufügen. Denn es macht Freude, dich, äh, gesehen zu haben live erstens und auch Freude, dich auch so zu sehen bei Facebook und was du auch überhaupt noch für Arbeit machst. Und was du, äh, überhaupt nicht nur für Arbeit machst, sondern was du, ähm, für deinen, ja, ich sag mal, auch Herzensverlag, ähm, in so Gruppenarbeiten bei Facebook machst und überhaupt. Das ist einfach wundervoll, ja, finde ich. Das ist, äh, ja, das berührt mich so und mein Herz geht dann auch, wenn ich das sehe. Ja, so viel dazu. Ähm, natürlich werde ich auch alles Links von Susanne Hün hier verlinken. Ihre Webseite, ihre Facebookseite und den YouTube-Kanal. Ähm, da könnt ihr euch selbst dann informieren. Und, äh, schauen, ob es euch anspricht oder nicht. Ansonsten wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen. Genauso wie dir, Susanne. Ciao. Ciao.